Mit Max Payne 3 So wird der Spieler von Max' düsterer und wendungsreicher Geschichte gefangen genommen. Max Payne ist bekannt für seine comicartige Erzählweise, die durch einen Sprecher und Flashbacks die komplexe Handlung in Szene setzt. Für Max Payne 3 nutzen die Rockstar Studios einen eigens entwickelten Comic-Panel-Generator, der dynamisch und in Echtzeit Spielsequenzen arrangiert. Der Spieler folgt so dem Verlauf des Spiels und Max' Gedanken. Durch spezielle Filmschnitttechniken geht Spiel in Zwischensequenzen über. Dabei ist nie ein Ladebildschirm zu sehen. Die detaillierten Schauplätze in Max Payne 3 sind an reale Orte angelehnt und extrem interaktiv. Bei Feuergefechten zersplittern verschiedenste Objekte in der Umgebung, gehen zu Bruch oder explodieren und vermitteln so ein Gefühl von Chaos. Obwohl sie kurze Rückzugsmomente bietet, ist sogar Deckung zerstörbar. In Bereichen mit einfachen Baumaterialien ist die Deckung leicht zerstörbar. In anderen kann sie zuverlässigen Schutz bieten. In ruhigeren Momenten kann Max nach Erklärungen für seine missliche Lage suchen. Die gleiche Detailtiefe findet sich in den Waffenanimationen wieder. Max' Bewegungen beim Nachladen oder Waffenwechsel sind abhängig vom Kontext und Waffentyp. Die brillante filmische Präsentation ergänzt hervorragend das fein abgestimmte Gameplay und die knallharte Handlung. Max Payne 3 bietet Spielern ein extrem fesselndes Actionerlebnis, das fast so gut aussieht, wie es sich anfühlt. Die kürze Handlung ist abhängig vom Kontext und Waffenwechsel sind abhängig vom Kontext.